Musik Hallooo Musik Musik Einen schönen guten Tag, wir sitzen hier alle im Dist-Taxi Ich werde Ihnen Fragen stellen, wollen Sie vielleicht pippen? Aber klar, doch kann ich jemanden grüßen? Da fahr ich mit, ich wollt schon immer mal im Fernsehen sagen, dass ich K und Kacke find Sein Standards sei nicht ansatzweise Dope ist und die Art ist halt, mit dem man viel feindlich überzeugen kann durch Battle und Love-Rap-Scheiße? Stell die Frage, ey, wo soll ich sie denn hin? Hey, der Weg ist das Tier, stell mir die Frage, wir sind doch hier im Distax Okay, wie heißt das Tier, was ich bei Angst gleich tarnen kann? K-Winds nimmt nach meinem Punchlines Farben an, denn wenn ich einmal Rot sehe, dann treffe ich voll ins Schwarze rein, bis der dumme Vogel grün und blau ist, wie ein Papagei Stimmt, warum ist Aachen ein Ort, der sehr stinkt? Weil dieser K-Wind-O-Menscheiße kommt wie ein Code-Fetisch-List Können sie über diesen K-Wind auch was Positives sagen? Das ist schwierig, könnte ich bitte meinen Joker dafür haben? Du da drüben, komm rüber und sag mir die Antwort Was ist ein K-Wind bitte positiv? Keine Ahnung, bitte sag es mir, ich weiß es nicht, verzweifle hier, ich halt's nicht aus, ich muss es wissen, sag es mir, das musst du doch wissen Nein, du bist doch mein Joker, wenn ich wegen dir verkacke, Mann, dann reiß ich dir den Kopf ab Sag's mir, verdammt, tut mir wirklich leid, da gibt es nix, doch haben sie schon mal dran gedacht, dass diese Antwort richtig ist? Okay, es geht weiter, da vorne ist ne rote Ampel, sie können den Joker wiederhaben, ich bitte sie das hier vorzutragen Hm, lass mal sehen, da steht das K-Wind im Rap in der Krücke ist, die nebenbei für beschissende Texte bekannt ist und überflüssig wie Brücken ist Außerdem steht da Erkanne, denn bei dem wie diese, die paar Jahre nicht stoppen, er könnte sich nützlich machen, die Frist verkacken und somit für Arbeitsersparnis sorgen Das haben sie gut gemacht, sie haben jetzt ihren Joker wieder Frage 4, wie nennt man den Gesichtsausdruck vom Pokerspiel? Ein Pokerface hat K-Wind nicht, er spielt ein mieses Spiel Er sollte mal lieber mit Rap aufhören und keine Miene mehr verziehen Frage 5, glauben sie auch, dass er das Brett hier verliert? Ja, selbstverständlich, aber geben sie das Telefon mal her Ha, ich bin in Distaxie und hätt ne Frage, würde theoretisch Freestyle reichen, um K-Wind zu schlagen? Ja, hm, ah, okay, da wird er sich in den Arsch beißen, wenn rauskommt, dass er stoned ist und auf Reichen steht die Grabsteine Ich leg mal auf, danke für die Information, K steht für keinen Win, heißt ich siege sowieso Warum drückt er dann noch an? Ey, weil sowas könnte ich ausrasten, keine Ahnung, doch sie könne mich hier rauslassen So, 6 Fragen beantwortet, Jungs, das heißt für euch 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300 Euro für euch Und weil ihr so coole Jungs seid, auf jeden Fall noch eine kleine Zigarre Ja, wunderbar, klasse Und noch cool sein Hör mal, noch ne Zigarre ist ja wunderbar Ihr war klasse, Jungs Da fühlt man sich gut im Achtelfinale Jawohl Danke sehr Alles klar, einen schönen Tag noch Hatte Gedell Tschüss Achtelfinale sind wir